In Wien perfekt, überhaupt in den Bädern. Die geilste Stadt der Welt. Freue mich gewaltig drauf. Ist ein Warmduscher, der nichts für die Wiener Jugendlichen tut. Extrem wichtig, umso besser ist, dass die Stadt Wien hier so viel leistet. Total wichtig, weshalb die Frau Fekte endlich Wien die 1500 Polizisten zurückgeben soll. Berührt mein Herz, bin ich zutiefst davon überzeugt, braucht es mehr denn je. Werden wir am 10.10.2010 haben. Rapid. Habe ich eine.